Von Eduardo Rovira, das ist ein Zeitgenosse von Artur Villazola, den alle mit Sicherheit kennen. Und der war so mächtig, dass Eduardo Rovira nun fast niemand kennt. Der hatte Respekt zur selben Zeit geboren zu werden. Und hat aber trotzdem ganz tolle Musik gemacht, die wir sehr schätzen. Und ja, die lassen wir jetzt hören. Ist aber ein bisschen moderner. Das war's. 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 Das war's.